Oh, mach Stärke, mach Stärke. Soll ich? Ja, ich will halt lieber überleben. Los! Ja, geh bitte noch Stärke drin, ich will das richtig... Ja, mach Stärke. Ja, mach der das nochmal. Ah nee, er hat Stärke, er hat keine Stärke. Ja gut, jetzt hab ich aber Stärke. Susi, dein Ernst? Was? Nein. Was meinst du? Er hat wieder Berke. Hab ihn. Schreibt mal richtiger Berke. Nein, schreibt das nicht. Die wollen euch dann noch die queuen. Wieso? Äh, mein Bow ist schon fast erommen. Warte, 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 wir gehen jetzt hinten hoch gleich. Warte, 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 wir gehen jetzt hinten hoch gleich.